Okay, sieht aus, als ob wir Rangliste heute für den Rest des Tages spielen mit den DeadSec-Leuten, damit ich das hier endlich fertig habe, die Beta, damit ich die in Ruhe schneiden kann und fertig machen kann. Dafür habe ich mir auch schon Waffenpakete ausgesucht, wir fangen mit der ACR an, in meinem Main-Paket und alle nehmen wir es zielen. Ja, ist natürlich das Beste, was man machen kann eigentlich, ist immer strong, aber nur das Gleiche ist doch auch lame. Das Paket eskortieren. Hm, wir müssen es transportieren. Das habe ich jetzt schon wieder so gar keinen Bock drauf. Kann man da auch eine Granate rüberwerfen? Und da haben wir schon einen. Schade, meine Granate ist rübergeflogen, aber wenn man ein Team hinbekommt. Weiter her. Perfekt. Warte nach, komm. Ehrlich gesagt habe ich noch keine Ahnung, wie die Fähigkeit funktionieren soll, mit den Sachen klauen. Wenn irgendwas aktiv ist, was klaue ich denn da? Was? Ernsthaft? Da kommt jemand von ganz hinten, läuft einmal außen komplett rum. Wow. Was denn denn hast du? Na gut, das Granatenwerfen ist ja super, wir können davon nachdrucken. Keine Chance, wir müssen da wieder von der Seite rein. Oh Mann. Was heißt Rückzug? Das bewegt sich gleich langsam von alleine zurück, weil wir nicht mehr da sind. Ja. Wir müssen da eigentlich jetzt einmal kurz rein. Beischaden. Nicht viel. Schade, ich dachte, wir kriegen noch den zweiten. Aber viel zurückbewegen tut er sich nicht. Oh mein Gott, die Zeit rennt. Ja, es ist ein bisschen unbalanced, I guess. Finden wir vielleicht was? Nope. Ja. Not bad. Der Anfang lief gut, jetzt haben die sich so ein bisschen eingekämmt. Jetzt nicht mehr. Okay, okay. Das hat uns immerhin schon mal Zeit gegeben. Komm, 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 komm. Ah, schade, aber wir haben jemand mit der Granate bekommen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was meine Ult hier ist. Oh, wir haben irgendwas geklaut. Oh, wir haben irgendwas geklaut. Ich habe nichts geklaut. Ich habe außer dem meine benutzt. Komm, 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 komm. Ich war hinter der Wand. Ach ja, da stimmt. Wir können ja noch mal ganz kurz gucken. Hindert Gegner ran, ihre ultimativen Fähigkeiten zu benutzen. Okay, ja. Wo sind wir hier? Ach, hier sind wir. Nur können wir hier diese Linie auf dem Boden, die uns sagt, wo das viel lang läuft. Macht das so viel einfacher. Okay, dass wir zwei oben in die Ecke kommen, ist dann natürlich blöd gelaufen. Aber, ja. Das war ein guter Push. Jetzt müssen wir es nochmal machen bis zum nächsten kleinen Bereich. Damit wir wirklich noch ein bisschen Zeit dazu kriegen. Shit. Oh mein Gott, ich komme nicht weg. Doch, ich komme weg, aber der Netcode, ja. Dank dem Netcode hast du mich bekommen. Vielleicht sollten wir nochmal versuchen, uns zusammen zu pushen als Team. Alter, wir sind mit der ACR schneller. Oh, hier hinten geht es auch lang. Oh nein. Shit. Oh Mann. 3 HP. Da hätte ich ruhig mehr Lack haben können. Perfekt. Ah, verdammt. Eine Granate und da war noch jemand. Ich glaube, das schaffen wir nicht mehr, oder? Komm, komm, komm. Okay, 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 okay. Oh mein Gott, da ist doch keine. Versuchen wir es nochmal. Komm, komm, komm. Okay. Oh mein Gott. Natürlich ist sie da abgeprallt. Wir sind nicht mehr weit weg. Wir müssen jetzt nochmal das Eimer... Oh leil. ...genau so gut machen und dann haben wir es. Oh mein Gott. Oh na, da habe ich mich gerade ein bisschen gescaert. Gefühlt. Shit. Oh, 3%. Nicht zurückziehen. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Boah. Das war geil. Hacker die eingesetzte Fähigkeit der Gegner. Ja, das machen wir wieder. Und wir werden auch wieder die Main-Waffe nehmen. Das lief gut. Wir machen weiter. Wir werden rausfinden genau, wie das funktioniert. Die eingesetzte Fähigkeit... Ich hatte das Gefühl, das Gegnerteam hatte immer nur diese Healer und... ...sort nichts geändert. Ja, ich bin langsamer mit der Pistole in der Hand. Wir werden wahrscheinlich da gleich einfach rausgepusht kommen. Haben wir hier oben Deckung? Nope. Wo ist denn der Rest? Warum sind so wenig unsere Leute hier vorne? Warum sind so wenig unsere Leute hier vorne? Okay. Wurde auch nicht hackt. Wait. Den gesamten Weg. Shit. Das war knapp. Den gesamten Weg. Oh mein Gott. Na gut. Dann machen wir das. Vielleicht können wir mal irgendwann nochmal eine Ability klauen. Oh, wir hätten vielleicht mal gucken können, ob wir die kriegen. Als die Person unsichtbar war. Jetzt gucken, ob wir uns jetzt nichts macht. Wir hatten die Angelegenheit. Bist du dir nicht so viel? Oh mein Gott. Jetzt gucken wir ihn mal. ich kann leider nicht nach hinten rein gucken das tod eigentlich geschossen wurde manchmal kriegt man gar nicht mit dass man schaden bekommt das ist noch so eine sache wo ich mir irgendwie ein bisschen anpassung wünschen würde mehr erstmal dass man mehr hitmarker macht selber und zweitens dass man vielleicht auch ein bisschen mehr selber mitbekommt wenn man getroffen wird oh shit okay Das ist die Not-Get-Ups. Ja. Aber dieser Spielmodus liegt mir schon mehr. Die Map ist ein bisschen größer, ein bisschen weitläufiger. Man hat ein besseres Ziel. Und schon bin ich besser. Zumindest etwas. Mein Crap-Aim lässt immer noch zu wünschen übrig. Okay, da hatte ich gerade eine Chance. Achso, ja, wir können ja nicht so schnell respawnen. Oh! Hi. I want that. Thanks. Das ist ja cool, dass wir uns da raufstehen können. Oh, die U-Bahn, okay. Ich verstehe das nicht. Wenn ich weiß, auf einer normalen Map, wo häufiger Fähigkeiten gespammt werden, einfacher. Ja. Hm. Äh. Okay, da unten sind schon wieder drei Also warum habe ich die Fähigkeit jetzt nicht bekommen? Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Das war eindeutig eine Fähigkeit und ich habe sie nicht bekommen Ja, Victory für Dezeg Das war super, hat Spaß gemacht tatsächlich, das ist ein geiler Spielmodus Ob es jetzt unbedingt Rangliste sein muss, keine Ahnung Hat aber richtig Spaß gemacht Okay, heute exkultieren wir mal irgendetwas durch den Zoo Wir sind natürlich wieder auf Seiten von Dezeg Diesmal nämlich das Teil, was etwas einfacher zu verstehen ist und nicht das, wo man sich so denkt Was ist das? Warum funktioniert das? Ich habe mich ja, zu welchem Spiel der Zoo hier gehört, da kommt mir gerade absolut nicht bekannt vor Ja Außer es ist ein Zoo und San Francisco, dann weiß ich zu welchem Spiel der gehört, aber sonst keine Ahnung Bienenroboter und wir nehmen die Fun-Klasse mit einer Vector Ich hoffe, dass die Fun wird, kann auch ein Desaster sein Und switchen wir zu einer oder anderen Waffen-Klassen Wahrscheinlich ist die Vector in Ordnung Oh, wenn man es ja erst eskortieren Das Fenster müsste aber auch aufgehen Ich brauche gar nicht so zu spammen, es dauert ja hier ein bisschen Such was Okay Das ist unlustig Ich war schon eindeutig um die Ecke Ich weiß nicht, mit der Waffe bin ich irgendwie unzufrieden, so wie ich das Paket designt habe Oder die Waffe an sich Ich habe mir mal Deckung Perfekt Oh mein Gott Danke, Spidey Okay Wow Dass ich die nicht down bekommen habe, das ist jetzt Das ist Das ist Weird Geh mal los Genau, such Schade Hat die Person überlebt Oh shit Oh shit Ah, das war luck Ich glaube Hätte die Spinning erwischt Easy going Wir machen kein Damage auf Range Ah, da können wir mal jetzt nur nachfüllen Wait Ah, da hatten wir keine Chance gegen diese DMR Waffen, sind so verdammt stark Komm Wir müssen es doch nur noch ein kleines Stück nach vorne bringen, das Teil Nicht mehr viel Und teilweise machen wir Okay, das war viel zu früh, die Granate Und teilweise sind die Gegner auch nicht so gut, aber ja doch schon teilweise Nur bis nach da Nee, doch noch ein bisschen weiter Oh mein Gott, 2% nach vorne, das ist nur noch 5 Nee, das ist gar nicht 25, wie komme ich auf 25 Verdammt Ich weiß nicht, wie ich auf 25 haben Die Gegner werden uns jetzt so fertig machen, aber ich bleibe bei der Vector, die macht eigentlich Spaß Oh mein Team ist gelieft Doch nicht? Ich wollte sagen, das kann nicht wahr sein, dass die jetzt gelieft werden Die Hostiles können nicht gewinnen, sie können nicht überprüfen, die nicht überprüfen können Okay, okay Dahin und weg hier Also immer erst das Schlimmste vom Team ausgehen und den überraschenden, dass doch alle da sind Holt's dir, Baby Holt's dir Oh shit, wir sind alle Aber den haben wir noch Gut, ihr habt Ihr habt diese Stellung sichtbar nicht So wie ich den da rechts von mir nicht gesehen habe Aber wir haben uns getradert, das ist in Ordnung Go get some hugs Daneben Drei Stück Oh mein Gott, das hat mich jetzt überrascht Okay Schade auch Aber es hat Spaß gemacht Wahnsinn, eine super Runde Und die Spider-Drone ist ziemlich stark Hey, das bin doch ich Spieler des Matches Wieso steht da kein Name? Was ist das für ein Bug? Na gut, bis zum nächsten Mal Euer Ramskehaut rein